Hier kommt man aus dem Staunen gar nicht mehr heraus in der Designwelt bei der Wohnen und Interieur. Es dreht sich alles um High-End Design bei Möbeln und Wohnaccessoires. Auf 9000 Quadratmetern kommt hier alles zusammen international, was Rang und Namen hat im Bereich des kreativen, individuellen Wohnens. Und das beginnt hier natürlich bei den schönen Teppichen über die Sitzmöbel. Schlafen ist hier ein Thema, natürlich auch Badezimmer und auch Garten und Terrasse. Es sind eigentlich keine Grenzen gesetzt, wenn man sich qualitativ hochwertig und mit schönem, ansprechendem Design einrichten will. Und das wird hier in der Designwelt auf jeden Fall gezeigt. Man kann sich hier inspirieren lassen und die neuesten Trends erspähen.